Ok, Destroi alle Roboter. Ja, sie gehen. In der Raumschwinde. Die BAT-Schwinde. Die BAT-Schwinde. Ok. Probieren wir es mal. Ok. Den Roboter müssen wir ausschalten. Zack und zack! Die zweite Welle. Oh nein. Das kriegen wir hin. Der Entschutzschult. Oh nein. Er ist fast da. Oh nein. Oh nein. W-3 W-3 Ok, wo kommen sie? Hier kommen sie. Ich muss mich auf diese Seite hier konzentrieren. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Game over. Die dritte Welle ist ein bisschen heftig. Als gedacht. Die erste Welle hält man noch gut aus. Die zweite Welle, naja und die dritte Welle. Na komm. Und zack. Der ist gleich da. Hier müssen wir auch noch mal ein bisschen... Die dritte Welle. Uah. Verdammt. Die dritte Welle. Du besser renn. Du besser renn. Nein! Oh nein. Wir werden getroffen. Das ist so ein Mist. Die dritte Welle ist hart. Du musst alles treffen. Nicht die kleinen Roboter ignorieren. Wir können uns auch was antun. Nice. Die zweite Welle. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Knappe Sache, knappe Sache. Sehr knappe Sache. Na komm. Du besser renn. Ich verstehe. Auch den im Auge halten. Auch den im Auge behalten. Schild. Uuuff. Na komm. 4,8, Scheiße. Hat wahrscheinlich 5er, wie es ausschaut. So ein kleiner kommt hier. Da kommt noch so ein kleiner. Ich muss hier drüben auch noch mal aufpassen. Oh Mann. Fünfte Ralle, fünfte Welle. Zeit um zu sterben. Zeit um zu sterben. Konzentration bei der Game. Hier seid ihr. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ah, shit. Ich hab das mal geskippt. 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 Ich kann nichts tun. Nichts, wenn wir etwas sagen können. Hey, Frank. Du hast eine Veränderung. Wer hat das gemacht? Die Zeit nicht bis 3 Uhr. Ja, das ist so. Wir müssen sprechen. Jetzt ist nicht die Zeit für die Veränderung. Oh, aber es ist. Without uns, das Accreditation Rating, du bist so stolz auf? Das ist Toast. Zwei Stunden exercise. Und Snack Time. Und mehr, Provost. Dinge... Dinge werden hier ändern. Danke für die Veränderung. Danke für die Veränderung. Danke für die Veränderung. Es ist ein Lauf zu wissen, sie sind in guter Hand. Du sicher, du willst nicht einfach mal zurücknehmen? Die Veränderung sind gut. Die Veränderung sind gut zu haben. Ich nehme ein, sicher. Was? Really, Viper? Du HATE internen. Ich weiß nicht. Ich könnte eine Desk aus dem, oder so. Oh, wir machen nicht eine Desk aus dem. Just eine, dann. Was nicht passiert hier heute? Okay? Ich brauche ein Memento. Oh, danke. Du wohnst regrett? Ja. Ich fühle mich hier. Ja. Bounce auf oder so, wenn du etwas brauchst. Wenn du etwas brauchst. H.R. Lady Francine. Ja? Wir networking? Nein. Nein. Wir networking? Nein. Wir wohnen. Wenn du etwas brauchst. Kann ich jetzt auf dem Spiel arbeiten? Nein. Traurig. Also wir haben... Wir haben die... Also wir haben die Praktikanten... Wir wollten die Praktikanten zurückbringen. Haben es aber nicht... Haben dann dort gesehen, was da passiert ist. Und letztendlich sind die Praktikanten dann wieder zurückgekommen. Alles so wie es am Anfang war. Alles umsonst quasi. Na gut. Wir haben hier... Wir haben die Börse auffliegen lassen. Aber das ist... Okay. Immerhin. Okay. Ich bin jetzt auf... Niederbord. Rang 6. Interessant. Classy Player. Mal können jetzt. Okay. Das war erst Episode 2. Ich würde sagen, wir machen gleich weiter mit Episode 3. Ich mache gleich eine kurze Pause. Und dann spielen wir weiter. Es hat knapp eine Stunde gedauert, die zweite Episode zu schaffen. Mal schauen, wie weit wir heute noch kommen. Wir schaffen ja heute die erste... Die erste Season. Die erste Staffel. Wir können am Freitag mit Staffel 2 weiter machen. Okay. Thanks for playing. Ja, wir spielen gleich weiter. Episode 3. Incoming. Episode 3. Incoming. Gut. Na dann. So. Willkommen zurück. Willkommen zurück zu Episode 3. 3 out of 10. Episode 3. Wir legen gleich mal los. Und spielen die dritte Episode von Staffel 1. Let's go. Loading more ketchup. Okay. PvE Selected and Champion. So heißt die dritte Episode der ersten Staffel. Let's go. All right, everyone. Circle up. So, Kevin tells me we're halfway through development on Surfing with Sharks. Good work. Getting to the halfway point is half the battle. But I've been informed that Surfing with Sharks is not a Battle Royale game. We've talked about this. Uh, we never talked about Battle Royales. Uh, we never talked about Battle Royales. Well, we're talking about it now. Well, we're talking about it now. I get this magazine. I get this magazine. The car is gonna be big. Uh, Battle Royales are already big. Uh, Battle Royales are already big? Bigger. That's a fact. And if it's a fact, then you all should have seen it coming and pivoted months ago. You all know what a pivot is? Good term to know. But Surfing with Sharks is an endless runner. That's its thing. Well, endful runner. Who even knows what an endless runner is? No one, that's who. So, as of today, I'm announcing big changes to Surfing with Sharks. It's no longer gonna be whatever it is. It'll be bigger. Better. More profit-y. I want the gravy trains at Gamers Wallets pouring down my gullet. Gross. Life is gross, Francine. But a little grossness is what this team needs. Okay. So, what are these changes? Don't be cheeky, Stringbean. I'm announcing the existence of us making big changes. Not the changes themselves. Starting today, we're pivoting. I'm all for improving the game, provided we can afford it and get extra time. Stop joking around. Look, it's my job to wrangle you crazy developers down to reality. It's your job to make reality work. So, like I always say, communication is the key to collaboration. Talk about this amongst yourselves. And remember, happy halfway through development day team. Now, change everything. Okay. I'm gonna say something. Did he just tell us to turn our game into a battle royale? Jeb does this sometimes. Personally, I'm with Jeb. Everything is better with Last Man Standing Death and Blood. You already made us add blood to surfing with sharks. You can never have enough blood. When the player touches the shark, they explode. Everything should explode, okay? We shouldn't change anything. We're halfway done. That'd be like starting over. Jeb didn't say we needed to specifically make it a battle royale, only that it needed to be a big pivot. Like following a big trend. Open world survival games are very trendy now. Oh, God. I bet you want crafting, too. We're not doing that. We could always add more story. An award-winning narrative could drive sales. Please, if we were serious about making money, we'd be making this a MOBA. Three letters. M-M-O. Class-based shooter. Boom. Done. I am not working on another class-based shooter. Why are we even having this conversation? Cute animals. We need cute animals. We need cute animals. Whoa, 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 whoa. Hold on, everyone. I think I know how to solve this. What would you maintain? In 10 minutes. Midge, I need your help. Okay. Can you go around and ask everyone what they would propose to Jeb here? We need to establish teams. Teams for... what? Just humor me. Okay. We have to talk about all of them. Let's start with Panion. Or with Team. Personally, I don't see what's wrong with crafting. Everyone likes crafting. Crafting adds death. Crafting only slows down the death. Battle Royale is perfect for our endless surfing run or whatever. I think I know what you two would vote for. Wait now. Everyone knows that gory stuff is what people want. Okay. Common knowledge. We have to play a bit of surfing with sharks. Playing. I play this one. Damn. Okay. Dann reden wir noch mit den Verbliebenen. Mit ihr zum Beispiel. Okay. Mit der Half-Gray-2-Development-Party. Thinking about it now? I think all we need is a trendy art direction change, you know? We haven't had an art director since Jess left. Oh, yeah. It's rough missing an art director. How long ago was this? Seven years. Okay. Ben und Franz ziehen müssen wir noch anquatschen. Hallöchen. Hallo Ben. If I had to pick something, I think open world survival changes just fit. Tja. What's the meeting room? Dann sprechen wir jetzt. So, it seems weird in Impasse. No one can agree on the best way to pivot the development of surfing with sharks. There's only one way to settle this. Right. Cupcake challenge. Not this time, Pylon. Right here. Right now. I challenge you all to a battle royale. I hate to break it to you. For a battle royale, you need over 60 people. We're... Not that. We're working with what we got, okay? Listen up, everyone. Calling all champions. Shovelwork Studios is only one office suite of this old mill complex. The rest is a maze of building bridges and basement tunnels. It's perfect for a battle royale. In my gun is fair time, I can phone door guns and other gear all over the mill. Five ways you can. I've paired you all up into teams making some way you want to change with surfing with sharks. Each team will start at a random door and work their way back to the office. The first team to reach Jeb, or the last surviving team, wins. May the wins of fortune be infinitely blowing in your direction. That's not how battle royales work at all. Save it for the arena, naysayer. I'm not scared of you. Team Open World Survival for Light. But we're still only eight people. That isn't even a skirmish royale. Yeah, wait. How many people is a skirmish? Like at least thirty. And they have to be at boats. Let's call it a studio brawl. That implies bar skills in the game models. I say we call it a tussle rumpus. Tussle... what? Look, it doesn't matter. Shovelworks Battle Royale begins now! Look, all I'm saying is that genres have rules. Battle Royales have tons of people. And also a ring of death closing it on the battlefield. Ah, come on. Are we really gonna spend the entire time nitpicking this? He named it a Battle Royale. It should be like a Battle Royale. Developers name things based on how they think they'll sell. What are you doing? Dance-emote. Ah, okay, that's good. Um, can you not do that? No way. I worked hard to get these moves. You've always got to dance before the drop. It's how you get in the mood for a match. It's how you get to dance before the battle. You can always start the match with a skydive. The drop is part of the experience. The practitioner, or what? No. See here. Ah, nice. And welcome back to Fortnite. Ahm. Ah, yeah. Part 4. wir haben jetzt in der gegend das ist sicher dass das wirklich ein fallschirm ist das dann dann einen rucksack auf hast wir haben einige verpasst das noch hin da kommen bevor wir hart auf dem boden aufklatschen müssen wir noch ein paar und sammeln okay in den letzten sternen wo noch komplett oder ach so Das ist meine Tür. Das Kompflex ist größer als es sieht. Ja, es war ein eigentlicher Schövel Foundry. Jetzt ist es alles verletzt in offices, dentists, tech companies, sogar ein Kaffee Shop. Anyway, deine Tür ist das Weg. Gut, dass du dich. Right, danke. Let's go Team Do-Nothing! Right, Timothy? No, I can't do that.